Ich möchte vor allen Dingen, dass wir ab 2030, also in 10 Jahren, nur noch neue Autos haben, die sauber sind. Und diesen Umstieg müssen wir jetzt machen. Und deswegen sagen wir, man muss auch wissen, dass es in Zukunft immer teurer wird, damit die Menschen sich sauber Autos kaufen. Damit man es bezahlen kann, gibt es Unterstützung. Also Reiche können so viel Auto fahren, so viel sie wollen. Ja, und Arme können auch so viel Auto fahren, wie sie wollen. Ja, Arme können auch so viel Auto fahren, wie sie wollen. Na klar. Machen sie bloß nicht. Weil sie keine Kohle mehr haben. Ah nee, warte. Die haben ja nicht mein Auto. Ich rindvieh. Ach, die Armen. Die haben ja nicht so viel Geld. Das stimmt. Also so gerecht ist das jetzt nicht so. Findest du nicht? Nö. Die Baerbock wird hier von einem Kind vorgeführt. Von einem Kind. Und wer es nicht mitbekommen haben sollte. Diese Frau ist Außenministerin von Deutschland. Das heißt im Klartext, sie präsentiert Deutschland nach außen. Uns in der Welt. Ich wette, der Kleine da würde den Job besser machen als Annalenchen aus der Parallelwelt. Viel, viel besser. Aber warte. Vielleicht ist diese Frau ja sogar ein Segen für unser Land. Ja, sie mag sogar unserer Rettung sein. Denn, wenn ein Herr Putin diese Frau sieht und vor allem hört. Und den da. Und den. Und die. Dann denkt er sich doch zwangsläufig. Ach du... Ja, leck mich ja mal. Das Land ist ja bereits völlig kaputt. Also, total zerstört. Die Bomben spare ich mir. Alles zu spät. Häuser lassen sich wieder aufbauen. Das da, das ist schlimmer als jeder Bombenteppich. Dieses Gruselkabinett, das ist eine Plage. Eine Plage. Und wie ist das mit Plagen? Man kriegt sie nicht mehr los. Der Drops ist gelutscht. AHH!